Idee am Start heute mit einem neuen Livestream. Heute ist wieder bei der Eli BVB. Aber es dauert noch ein bisschen bis er kommt. Er ist noch gerade essen. Aber ich habe so lange schon den Livestream vorbereitet und gestartet jetzt. Und jetzt zocken wir auf jeden Fall das Turnier. Und erstmal die anderen zwei Stimmen. Tschüss und tschüss. Auf jeden Fall, wir zocken jetzt. Schönes Turnier. Dann versuchen wir noch ein paar Punkte abzusammeln. Wir haben gerade eine Runde gespielt. Er muss ja essen. Jetzt haben wir ja null Punkte bis jetzt. Wir warten jetzt einfach bis er kommt. Wenn nicht, dann haben wir Pech. Aber eigentlich sollte er wieder kommen. Dann können wir ganz gechillt weiterspielen. Aha, ich habe einen Zuschauer. Das ist bestimmt wieder der Get-On-Set. Ah, Junge. Ah, das ist ja dann. Oh Gott, an dieser Skin hier. Besser gesagt, dieses Backpack. Oh Gott, shit. Lecker, schmäger. Sparsch an Terra. Gott, shit. Mein Schwind. Mein Schwind. Hihihi. Richtig low. Hier ein bisschen. Ja. Ein ganzes Backdinger. Ja. Ja, das passt so. Ein Wolf. Das Katana. Ja, ich habe das Katana. Ja, ich habe das Katana. Ja, ich habe so ein Flipping X-Kapper. Hängigleiter. Oh. Und hier sind meine Dents. Aufwand. Debtes Gentleman. Eli. Oberpeinlich. Salud. Royale Swenken. Royale Muckis. Rote Karte. Mach' viel Respekt. Wahre Liebe noch. Und mehr habe ich nicht. Aber merkt euch, dieser Tanz ist immer noch der Beste. Kappa. Du 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 du. Oh, jetzt kommt der Hügel. Hügel. Oh Gott, was ist denn das für ein Skin, Alter. Der sieht ja anders. Ja, dumm aus. Junge, Alter, ist der hässlich. Da ist der doppelt so schön, Alter. Und ist auch gut für die Beinmuskeln. Alter, der backt sich gerade da unten durch. Seine Füße. Wow, Alter. Holy moly backen die sich durch. Alter, wie sieht denn das aus? Der neue Skin. Äh, der neue Skin, ähm, ja, ein Skin einfach. Und die Flügel hier mal wieder am Stil. Puh, Kasselschock. Oh Gott. Oh, Junge. Wieso habe ich nicht genug Reeboks für den Kasselschock, ey? Mh, macht es mich aggressiv. Aber hauptsächlich kann ich mir Battle Pass kaufen, weil ich kriege in fünf, äh, in sechs Tagen kriege ich nochmal durch die täglichen Belohnungen entrette die Welt 100, äh, 800 V-Bucks. Und dann habe ich ein 980 und dann habe ich noch einen Tag Zeit und dann kommt der Battle Pass. Da werde ich wahrscheinlich auch ein Livestream machen. Ihr könntet mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ich was habe, dass ich es euch schenken soll. Ah, ne, äh, ich nehme alles zurück. Ich kann die ja gar nicht wegen der Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil ich die ja gar nicht habe. Weil irgendwie geht das bei meiner Pilschule irgendwie nicht. Ja, keine Ahnung, warum das nicht geht. Aber es geht auf jeden Fall nicht. Hätte ich die Zwei-Faktor-Authentifizierung, hätte ich einen jetzt schön aufholen schenken können. Aber leider habe ich sie nicht. Ja, das ist ein bisschen schade, aber das geht irgendwie nicht. Ja, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich versuche es jetzt gerade einfach nochmal. Eigentlich muss man das über den PC machen und dann nehmen wir das mit dem PC über auf die PC. Aber, ja, mache ich einfach nicht, weil es ist kein Bock drauf. So, Eli, bist du wieder da? Wie lange ist denn der? Also, der hat gesagt, der geht kurz essen und jetzt war ich schon eine halbe Stunde auf den, Alter. Also, ich versuche es jetzt mal. Ich versuche jetzt noch mal, mich bei der Zwei-Faktor-Orteinfizierung anzumelden, dann könnte ich einem wohl schenken, dann könntet ihr auch sehen, wie er an so das schenken geht. Nur wenn ich jetzt wüsste, wie hier geht, lockte ich ihn, ja, habe ich mir schon tausendmal. Ach, keine Ahnung, wieso das hier nicht geht, aber... ... 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 Oh, das ist so traurig, dass man das nicht machen kann. Das ist einfach so traurig. Dass man diese Authentifizierung hier nicht anmachen kann. Das ist einfach so traurig. Traurig. Es nutzt sich jetzt einfach die ganze Zeit so machen. Die Flute hat die Flute. Äh neun und понadotend wird verraten. Exagelt sich sprechen. Die Flute RED in den Innenluft rPER aus dem Katzen Vielen Dank. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich. Ich komme gleich wieder. Ich komme kurz. Ach, kurz, das liegt auch schon. So. Oh, du Scheiße. Okay. 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 Wo ist der jetzt hin, Alter? Hä? Wo ist der jetzt hin? Der ist laut, der ist laut! Komm, hol ihn für einen Punkt! Ja, Mann! Geil! Junge, Mann! Wieso finischt der? Scheiß Hund! Hm, was machst du? Boah, 480! Falsch an! Alter! Äh, danke! Hm, Diggi! Scheiß Drecks, Alter! Erster Punkt, Junge, wir haben nur noch 4 Stunden Zeit. Du musst mal wieder eine halbe Stunde essen, Alter! Ja! 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 Ja, Diggi, da! Ja, ich bin noch nicht. Ja, ich bin noch nicht. Sof, du musst dir... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß, wir haben im letzten Turnier 16 Punkte gehabt. Da braucht man 25. Du timst aus. Dein WLAN ist erstmal für eine halbe Ewigkeit geschrottet, Junge. Das war's für heute. Hätte ich eine Handcam, Digga. Die hätten gesehen, wie ich meinen Controller schrotte, wenn ich da umgehe, Alter. Ich habe meinen Controller, weil ich ausgerastet bin, gehe am Boden geworfen. Und da ist die L1-Taste rausgefallen. Nur damit ihr sowas wie... Ja, ich... Ja, wow. Ich kann dich aber voll nicht töten, ne? Hehehe. Heavy. Nice. Ich habe nur eine R. Also, ich weiß nicht, ob wir so pushen sollen. Warum? Oh, lecker. Ich weiß ein Mini. Warte, push noch nicht. Ich gönne mir die Moneybox hier noch. Hier bei mir ist einer. Nicht nur einer. Wir sind hier außen. Geh nicht hin. Wie soll ich jetzt rauskommen? Loll. Hat beide geholt? What? Loll. Ich bin rausgekommen, hatte ihn gehittet und Headshot gegeben. Loll. Ey, komm, hier ist ein Apfel. Zwei. Du brauchst sie. Ja. Mir guckt auch einer zu. Hier unten in Lucky sind auch noch Gegner, glaube ich. Ja, da ist eine Blue Pump. Ja, 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 ich weiß schon. Oh, ich habe eine Falle. Dann haben wir den nächsten Punkt. Und dann lass noch mal versuchen, zwei zu holen. Du musst aggressiv drauf pushen. Ja, weil die Kills, bis wir ein Bündchen holen, das dauert immer so lang. Und vier Kills schafft man halt so easy eigentlich. Die sind halt schon Schwitzer. Du musst halt bedenken, die hatten auch einen Punkt, die, was wir gekillt haben. Also wenn wir 20 Punkte haben, spielen wir gegen welche, die auch 20 Punkte haben. Und da wird es dann schon ein bisschen schwieriger ein paar Kills tun. Weil das... Ne, ey. In dem Turnier, man kriegt ja immer Leben, ne? Wenn man einen killt. Einer hatte vier HP. Wer mal einen Sturm gestorben hat, hat dann einen gekillt und hat Green Life bekommen und hat es überlebt. Hä, hast du gerade geschossen? Ja. Äh, bei mir liegt ein Madcat, siehst du, wo ich bin? Ja. Ja, da oben liegt ein Madcat. Äh, also halt unten, da wo die Jax ist. Kannst du noch Tranker? Ähm, ja, ich habe noch einen Tag. Ja, ich komme. Digga, ich habe neun Sticky Bombs. Also, wenn du einen pushen musst. Schau Bescheid, Digga. Oh, hier liegt ein Slurper. Trink den noch nicht. Trink den hier außen noch nicht. Hol dir erst das Madcat. Oh, da oben geht. Oh, da oben. Könnt ihr erst, dass das Madcat? Warte, gib mir die Minis. Ich kann die eh mitnehmen. Wie, wo ist sie denn? Ja, guck mal. Ey, ja, wir sterben. Na so. Oh, ich ziehe jetzt den Taschenriss. Ne, wir sind RIP. Nicht nur du bist RIP, ich auch. Ich habe auch ne blaue MP und hier liegt auch noch eine. Wieso ist hier kein Fliegen an, Junge? Ich hätte mich jetzt so hoch gebaut. Wäre nach Fatal. Äh, nach Salt. Hier hätte Schattenstein da genommen. Und alles wäre easy. Digga, ich habe schon wieder 1-8-7 Schuss in meiner Börse, Alter. Ich sehe. Das sind noch die Rapper, die ich am meisten hasse. Also jetzt nächste Jahr 1-8-7. Was heißt? Ich hasse sie, nächste Jahr 1-8-7. Die sind schon korrekt so. Aber ich mag sie ja nicht so. Wir werden ein bisschen zu uns schauen, so oder so kassieren. Aber was sollst du machen? Ey, bitte, wenn hier jetzt ein Mädchen rauskommt. Oh! Jagdgewehr. Kannst du sie mich nicht mitnehmen? Mann. Das hat die Akte was. Und das hat die Akte was. LOL! Nein! Ich puste mich zurück. Bin ich behindert? Nicht egal, Junge. Guck mal, wo ich bin und wie weit die Zone weg ist und wie viel Leben ich habe. Ja, ich schaff's nicht. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Ich schaff's nie immer. Nie und immer. Soll ich da weiterspielen? Ja, kannst du dir ja. Vielleicht kommst du dann noch unter die Top 5. Ey, vielleicht könntest du mich hielen, weil guck mal, wo ich bin. Guck mal, wo du bist. Doch, du könntest versuchen mich zu hielen. Bitte, Eli, bitte. Dann schaffen wir es beide noch. Nein, ich kann es nicht mehr. Klar, weil du hast den Slurp. Es wird aber trotzdem knapp für mich mit 30 HP. Ich hab 30 Sekunden. Digga. Ja, easy. Hier unten bei mir sind auch noch Gegner. Die fahren doch weg. Ja, die fahren. Ja, die sind. Ich weiß, die will ich mir holen. Gib mir auch Verbände. Ich kann die Granaten einfach nicht mitnehmen. Okay. Okay. Hast du Granatenwerfer dabei? Ja, okay, dann hab ich ihn dabei. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Lass die ohne gerne und lass mir Törteln. Junge, das Auto. Alter geht das mir auf den Sack. Hey, passate. Natürlich. What? Von hinten. Ich muss komplett törteln, Junge. Das Ding ist halt, Eli, wärst du so ein korrekter Kumpel, könntest du mal kurz mein Handy nochmal nachgucken, weil ich kann die, ich kenne meine irgendwie nicht. Aber warte, ich muss erstmal noch kurz laden, damit, weil das ist leer, komplett. Weil ich will die Zwei-Faktor-Authentifizierung machen und jemandem was schränken. Also, weil ich bin doch so ein Ärmer. Junge, wir dürften einfach gar nicht erst hingehen. Wir müssen links rum, dann hätten wir die was hinten geschossen, hätten wir die viel leichter holen können sogar. Ja. 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 Ja, ich hab einfach verlastet. Ausdelen. Ich lande Baumhaus. Sind ja Gegner mit? Ich höre sie bei mir sogar. Natürlich kämpft der hinter der Wand mit seiner scheiß Minigern scheiß Nose gehen, Alter. Lappenalter. Ich werde das nicht mehr schlafen. Ich werde das nicht mehr schlafen. Ich werde das nicht mehr schlafen. Jetzt kommt es auf einmal so, ich habe Boogie Down, Digga, ich würde so ausrasten, Alter. Es war aber auch so klar, dass dieser Nose-Klin-Hinteress-Türkamp muss, jetzt mal ohne Witz. So einen dreckigen Minigun, Alter. Junge, wir haben noch drei Stunden und vierzig Minuten, Alter. Nein, gucken Sie nicht. Jetzt ist mal wieder stumm. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nicht so viele Fans habe, Junge. Ich bin halt auch scheiße, so. Ich bin auch jetzt, was weiß ich, hier ein Ninja, der in ein paar Tagen 18 Millionen kriegt. Keinen gerade, aber ich hatte zwei. Lol, hier ist einer mit Galaxy-Picke. Oh nein, Biber. Scheiß Galaxy hier. Weißt du mal, Alter, was hier los ist? Wohin? Wohin? Wollen wir jetzt einfach pläsen auf Kills nochmal? Ich lande unten und du landest oben bei den zwei Chests, okay? Okay, dann haben wir beide schon mal safe, eine Waffe und dann den Gegner kommt und dann passt's. Weil es kommen Safer hier mit. Oder? Ja, hier oben. Ja, hier vorne. Der geht flasch. Beide gehen flasch. Okay, ich nehme die zwei, ich nehme das Kondier, das andere. Ich hole mir jetzt, dass man die Kostnacht ankondiert. Oh, Kondier. Ja, wieso kriege ich nicht eine Heavy in dem Turnier, Alter, jetzt mal ohne Witz. Aber nee, gestern hatte ich eine goldene Heavy, wo du wieder essen musstest. Und raten, aus welcher Chess? Aus der Chess, wo ich letztes Mal eine goldene Heavy bekomme, wo du essen musstest. Genau aus derselben. Kannst du dir das vorstellen, Junge? Oh mein Gott, Zone. Ich küsse die Zone mittlerweile. Ja, aber die hier hinter uns kommen uns jetzt wahrscheinlich in den Nacken rein, weil sie denken, hier ist keiner gelandet vielleicht. Und dann haben wir erstmal ein Problem mit denen. Wenn du gerade gewüsst hättest, was ich aus einer Chess gezogen habe. Charlie Scar. Charlie Scar und Jug Jug. Soll ich Jug Jug jetzt trinken? Nee, ich behalte ihn lieber. Oder? Ich trinke 100 Chills sind wichtig. Nein, nein, ich habe nur die außen, die eine Chess, aber im LKW genommen. Und ich habe ein grünes Jagdgewehr. Hey, ich habe noch eine Chalice Scar hier bei mir. Achso, ja. Charlie Scar macht halt nicht mehr Schaden, aber schießt halt schnell so. Eigentlich ist beides gleich, weil die macht mehr Schaden, dafür schießt sie langsamer. Kommt drauf an. Kommt drauf an, mit was du mehr Aim hast. Welche Farbe hat die AK? Da nehme ich sie nicht. Wenn es jetzt Gold oder Lieder hätte ich sie genommen, weil ich bin gut mit der AK. Hey, wir kommen. Oh, Rapsniper. Ja, ja, ja. Ich habe Jagdgewehr. Hier bei mir, siehst du? Oh, ein Sloper, Digga. Soll ich Piggy weglegen? Oder kannst du Healing mitnehmen, weil wir bräuchten halt beide was zum Healen. Achso, ja. Ja, hol dir schnell die Rapsniper. Die ist hier drin. Hedgehog. Down. Andere erzählt. Kein Schild. Nein. Die Schkei ist im anderem Haus. Lass mich den, bitte. Ich habe hier 86er Weiß gegeben. Boah. Pass auf, C4. Dann gehört mir der Loot hier hinten. Der hat zwar wahrscheinlich hier keinen guten. Ich weiß nicht, ob ich die zocken soll. Ich nehme jetzt auch mal Blue Pump. Oder nein, ich nehme Doppläufige, weil die ist stark im Turnier. Hast du jetzt schon die Rapsniper? Hast du die Schaliska? In dem Haus, da wo du gerade rein bist, da unten liegt sie. Unten, unter der Treppe. Unter der Stahltreppe. Ich habe hier auch. Lass erst mal Zone dann. Jetzt. Ich zock jetzt mit Doppläufig, weil die, wenn wir Törteln... Warte, 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 nein, nein, nein. Achso, ja, geht. Trotzdem. Sorry, dass ich ihn jetzt gekillt habe, aber ist egal. Habt ihr gekillt? Ja, Digga, wenn wir Törteln, du ein Boogies und ich mit Doppläufig geh hole, dann, mein Freundchen. Du bekommst jetzt zwei Schuss hintereinander machen. Ja. Und das sind gute Hits. 114er Body Hits. Body Hits. Ich höre, dass wir die neue Pump nicht haben. 210. Junge, ich muss immer alle hier stumm, die in die Party kommen. Na, den einen, der jetzt gerade neu reingekommen ist, habe ich gerade gestanden. Heavy. Oh mein Gott, Heavy. Bo. Außer dem, die Minis, die nicht. Bo, Heavy. Bo, Heavy. Man, c'est hier, ne? Die andere. Hinter uns. Nee, oder? Verpiss, sie gehen, das Haus, gehen, das Haus. Hacker, 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 Hacker. Hacker, Hacker. Hier nicht, hier nicht. Was? Hacker. 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 Zählt. Zählt. Zu 120.000 Prozent. Hhh. Er hätte sich durch die Wangen. Hacker. 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 Junge, fuckt es mich ab, wenn die beide mit, einer mit, Minigun, ich sag doch, geh, du musst hin das Haus, du darfst nicht auf dich schießen mit Minigun, wenn der mit Minigun schießt. das ist ja mini gun schießt durch wände wie sie durch ne die wände sind so low die ist das ist die werden die wände werden durch das lower wie du denkst und dann passiert ist easy ja und ein punkt der ist nicht so gut na junge du spielst aber auch jetzt irgendwie gar nicht so gut wie früher junge in dem anderen turnier so rasiert und jetzt gar nichts mehr ja 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 Komm, lass Jerusalem, da kommen welche mit, da können wir gut Kills holen. Die sind wichtig, ja, haben wir aber auch, das bringt uns aber nicht viel ein, ey, wie du machst denn eine andere Spielsteuerung? Ich auch. Und hier, wo sind sie? Ne? Das, das ist das Wichtigste. Let's go. Perfekt. Was mehr die Panther noch am See? Hello, du übersiehst einfach ein Jagdgewerb. Bist du behindert? Wo? Hier oben auf dem Dach, hier, bei dem kleinen Häuschen. Aber das können wir ja. Ich hab da ja noch nicht mal gelobt. Klar, Digga, du warst da unten drin. Nein. Nee, ich hab keine Tactical oder so. Ja, Tactical, das sind doch nicht mehr Tactical. Und das, wo er grad heruntergeladen hat, ich glaub, das war so die Zweifaktorenifizierung, hab ich außerdem abgebrochen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das gemacht hab. Junge, ich bin... Bock auf ne geile Waffe, die dir Bock macht? Was? Neu Pump? Gold? Kann ich die haben? Digga, ich sag grad, Bock auf ne neue Waffe, die dir Bock macht? Kann ich die haben? Ist doch natürlich, wenn ich sag. Nein. Nein, die hast du nicht gezogen. Doch, meine. Spaß. Ich hab kaum gedacht, ich war jetzt diesen V-Mann, alter. Wollen wir nach Jerusalem? Nein, lass dich behalten, Digga. Das können dann echt die... Wenn die... Zum Beispiel jetzt, wenn wir los sind, könnten wir einfach abhauen. Aber am besten, wenn du süß, bau dich immer richtig hart ein. Bau dich ein und setzt Pyramide auf dich und dann nimmst, weil dann können die Gegner nicht so leicht nachher kommen. Stechst du wahrscheinlich mal an. Warte, ich brauch hier noch die Pomponi, weil ich hab nicht so viel. Warte, ich brauch hier noch die Pomponi, weil ich hab nicht so viel. Wenn du- wenn du denkst, dann wird es pressure geht. Wenn du denkst, wenn du denkst, dann wird es pressure geht. Warte, ich glaube nicht. Du denkst, wenn du denkst, dann wird es. Aber du denkst, dann wird es besser. Nein. 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 Ei, slow. 6 und 30 geht. Wider. 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 Ja, Mann. Noch mal die neue Panker. Hier, schnell bitte. Zwei Piggis. Zwei Piggis. Gib mir einen. Und ich drück mir noch das Möcker. Ich hab's schon gesehen. Digger, ich... Ja, ja. Ich hab's schon gesehen. Ich nehme mal die neue Schrotflinte mit. Vielleicht für was? Ähm, ja, Jagdgewehr. Ich hab einen Digga, Jamal muss groß. Naja, ich kann nicht so gut mit der umgehen, aber ich nehme sie mal für Notfall so mit. Die fliegen zu uns. Echt? Nee, doch nicht. Die fliegen auf die Tankstelle. Da sind sie weg. Nein, die haben hinter uns noch die Schrift gejustet. Das war ein Bus. Bitte kommen die nicht. Ich auch nicht. Komm, lass weg hier. Lass hier hoch auf den Berg. Ich hab zuerst gedacht, oh, Goldene Heavy, weil man kann ja nur was Goldenes eigentlich Heavy ziehen, ne? Ich hab ja voll vergessen, die Pump. Digga denkt mir so, oh mein Gott, Heavy. Und dann denk ich, und dann sehe ich so, ja. Ja, ja, Mann. Ich denk mir so, oh mein Gott, Heavy. Auf einmal steht da so Pump an, Digga. Ich denk mir, what the fuck is happening? Gönn dir das Mettgeld, wenn du Lust hast, aber ich weiß nicht. Oder nein, nein, nein. Nimm das Mettgeld lieber mit und gib mir deine Verbände. Nein, 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 ich nicht. Gib mir die Verbände wieder. Ich geb die Hälfte. Ich hab die Hälfte gegeben. Ja. Da waren noch Teufelreißen. Mal schauen. Wow. Huh. Digga, ich kann nicht mit dieser Waffe editieren, Alter. Huh. Digga, ich kann nicht mit dieser Waffe editieren, Alter. warte herrn einiger wir sind noch in der zone also weiß nicht ist halt risiko wenn ich da einer runterschießt dann das stimmt auch mal wieder kannst du die acht verbände doch wieder mitnehmen ich habe jetzt eine blower er und ich habe sonst kann er es nicht acht verbände also ja schon richtig sind da oben rückt junge schießt du sind wir die gegner oder was perry es waren gegner aber die haben irgendwie nicht gelootet so richtig das sind noch gegner wo Save nicht, nein Der hat halt auch einen Mate Sein Mate ist 86er, Snipe Noch Nice Ich nehme den rechten Lut Hey, das ist meiner Dafür zieht die P90 Hey, nimm doch Heavy Snap Äh, lol Ich habe meine Heavy Snap aus dem weggelegt Ne, ich habe gedacht, du hast eine da weggelegt Obwohl das meine war Ich habe ja auch eine Geh nicht hin, geh nicht hin Hast du was zum Hirn dabei? Ja, ich habe eine Ich habe zwei Mate Kids, okay, dann Ich habe die goldene Shotgun jetzt mal weggelegt Ich will lieber mit Pump Lass dich oben auf dem Berg, Junge Komm mit Komm mit mit Drift Hier unten, komm her, schnell Wer will sonst die Baba-Pose gehen? Komm, Immi Kann ich? Ja, Digga, wenn dann da andere hingehen, wie wollen wir dann da hochkommen? So eine galige Pose werden wir nie wiederbekommen Können Pass auf, hier sind noch andere Gegner Oh, der hat Kassel Nein, aber der wird gehealt Wo denn? Mach Dabby-Snipe, mach Dabby-Snipe Mach Dabby-Snipe, mach Dabby-Snipe Okay Nein, der hat Treppe gebaut, geht nicht Knapp Dann bau dich ein Ey, das könnte halt echt ein Sieg werden Ich hab keinen, aber ist egal Schieß die Wand da unten weg Ah, zu spät bis hin Ja, ich merk's Hä, was? SW? Alter Vor uns, vor uns sind noch welche 46er Pass auf, von der Seite sind noch welche, ne? Okay, die haben sich verpisst Nein, die kommen von unten Ich hab, ich seh nur den Schatten Pass auf, von unten snipen noch welche Nein Heel, 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 heel Schnell, sonst pusht er Nein, wir müssen hier oben bleiben Ich muss mir noch kurz das Macke drücken Der schießt uns runter Bau Keine Ahnung Bau doch Du bist so unsafe Wo ist der genau, Junge? Ich seh den nicht Wo ist der genau, Junge? Digga Digga, jetzt wird's spannend, Alter Hä, nein, da ist einer, da ist einer Lass unten Törteln am Berg Der hier oben wurde gekillt Törteln Törtel, Törtel, Törtel Wir sehen Bitte pass auf was du machst Warum? Noch ein einzelner und die zwei. Oh, das ist eine Spielmacherin, die Safe-Schwitzerin. Komm her! sieben punkte komm komm wir haben gerade sechs punkte in dem matchkultiger das ist gut junge kommen das können wir noch packen jungen wieso gehst du bei denen im nachkampf wenn er den neuen schrot hat du hast sie zwar auch aber digga ich habe ihm 133 jetzt gegeben was macht er baut mich aus und dann konnte ich noch nach oben gehen immer kurz ich will auch einmal nice last paradise ich bin viel zu niedrig weiß ich nicht kann auch faker sein echt jetzt habe ich kann auch faker sein digga es kann alles faker sein ich habe schon so viele groß kam uns gesehen ich habe auf den süßen modus ich habe es nicht weil ich bin ich bin ich loote ganz los weil ok du kannst und ich bin ich bin 100% Life schonmal, Digga, geil. Boah, Grab Life ist im Turnier. Ja, Digga, wieso kriegst du immer den guten Loot? Das war ohne Witz, Alter. Wieso krieg ich nicht eine goldene Account an Raketenwerfer, Digga, denn wenn wir den hätten... Von wo soll ich jetzt bitte auf einmal eine Scar haben? Ich hab vier Minis, Digga, geil. Ja, ja. Oh, P90. Warum, Digga? Die ist besser wie Blau. Im P.D. hat mehr Schuss und macht mehr Schaden. Hä, der hat seine Logik. Puh, komm her, bei mir liegt ein Slopper. Oder soll ich ihn mitnehmen? Ich kann ihn nicht mitnehmen, aber es wäre gut, ihn mitzunehmen, weil... So gerade wie eben, Digga, wenn wir... Wenn wir beide low sind. Ja, und ein Biggie hier zum Trinken noch für dich. Also hier, wo ich bin, ne? Ich baue hier hoch und dann einfach rechts, da liegt der Slopper und dann rein und dann links und dann liegt da der Biggie. Ja? Nein. 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 Die Runde noch. Nein. 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 Lass mich jetzt verlassen, weil, Digga, du darfst dann eh nicht mehr online. Ja, ich hab hier alles weg, ne? Ich geh aufs Match verlassen, du darfst dann eh nicht mehr online. Was soll ich da noch zocken? Destinieren, das bringt mir dann eh nix. Egal, ob ich jetzt 50 Kills und nen Sieg hole, bringt mir auch nix. Das sind auch nur 9 Punkte. Ja, kommst du dann später noch offline, Lena? Warte, geh erst auf Mess verlassen, bitte. Okay. Ja, das war's im Live-Stream. Leider nur 7 Punkte geholt. Und dann, ja, dann auf jeden Fall kostenloses Abo nicht vergessen, Daumen nach oben. Und das war's dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.